Woher kommt der Adventskalender? Hallo, ich bin Marco von Marcos Erklärvideos und ich erkläre es dir. Wenn dir das Video gefällt, dann abonniere doch meinen Kanal. Denn jeden Sonnabend kommt ein neues Video. Bald ist es wieder soweit. Die Adventszeit beginnt. Die Vorfreude auf Heiligabend. Die Räume duften wieder weihnachtlich. Es werden Plätzchen gebacken und man darf wieder jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders öffnen. 24 Türchen, die einem die Wartezeit verkürzen. Wusstest du, dass es Adventskalender seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt? Allerdings sahen diese damals noch ganz anders aus. So wurde zum Beispiel an jedem Tag ein anderes weihnachtliches Bild in ein Fenster gehängt, oder die Eltern zeichneten 24 Kreidestriche auf eine Tür und jeden Tag durften die Kinder einen Strich wegwischen. Den ersten gedruckten Kalender gibt es seit 1908. Dieser wurde von dem Verleger Gerhard Lang erfunden, den er unter dem Motto Im Land des Christkindes drucken und verkaufen ließ. Dieser enthielt 24 farbenprächtige Zeichnungen, die ausgeschnitten und auf einen Pappkarton geklebt werden konnten. Erst im Jahre 1958 wurde der erste mit Schokolade gefüllte Adventskalender in den Handel gebracht. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like. Bis zum nächsten Mal.